Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Ich konjugiere jetzt ein weiteres schwaches Verb, zum Beispiel das Verb kaufen. Kauf ist der Stamm, Singular. Ich kaufe, du kaufst, er, sie, es kauft. Plural, wir kaufen, ihr kauft, sie kaufen. Die Höflichkeitsform, sie kaufen. Hier der Stern, Sie sehen, der Infinitiv, die erste Person Plural, die dritte Person Plural und die Höflichkeitsform sind immer gleich. Bitte beachten, die Höflichkeitsform sie schreiben wir im Deutschen groß. Das gilt für die zweite Person Singular und für die zweite Person Plural. Also, sie kaufen, sie kaufen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Dankeschön.